Jo, von der T-Welten sind die Gurke hier auf dem gratis-erreichbaren Server Lasergurkenland. Direkt kleine Vorwarnung, ich habe in der letzten Folge das Besprechen gemacht, dass es in der nächsten Folge den zweiten Teil geben wird. Und naja, wie sich das in letzter Zeit mit den zwei Teilen dann so ergeben hat, ist es immer ein gutes Konzept. Wenn man zwischen zwei Teilen eine Pause macht, hört man mich mal hier hinten. Wenn man zwischen zwei Teilen eine Pause macht und dazwischen eine AFK-Folge einlegt, das wird jetzt nämlich hier eine kurze AFK-Folge. Sprich, wer die Fortsetzung von Introduction to Tor sehen will, kann in die nächste Folge skippen. Genau, aber sonst natürlich nicht vergessen, auf den gratis-erreichbaren Minecraft-Server zu connecten mit der Domain sillyhuhn.com. Gratis-erreichbar, lang geplante Uptime. Wir sprechen hier von Jahren. Jahren. Und das Ganze kann ich natürlich auch mit einer History backen. Weißt du, ich kann mich damit stärken, dass der Server jetzt schon seit zwei Jahren online ist. Und dass ich an sich Gameserver seit 2010 hoste. Und wir haben jetzt 2020, also bin ich seit zehn Jahren im Hosting-Business. Und kann dementsprechend einige Prognosen über die Zukunft machen, indem ich aus der Vergangenheit schließe. Ja, also, alternativ gibt es natürlich noch die IP 149.2.127.134. Wir gehen jetzt aber über die neu erworbene Domain hier drauf. Genau, es wird eine AFK-Folge. Es gibt keinen Talk. Und in der nächsten Folge schauen wir dann weiter. Wir haben jemanden online. Das ist ja crazy mazy hier. Ja, also, das wird eine Farm-Folge. Hier so ein bisschen die Kühe wachsen lassen, das Feld wachsen lassen, während ich fix außer Haus gehe. Genau. Soviel zu den, zum Organisatorischen. Ähm, und ich, irgendwas ist mit meinem, ich, also, das, äh, ja. Vielleicht sollte ich das sogar nicht schreiben. Naja, so Schnee wird er mich schon nicht finden. Okay, genau, dann, ähm, soweit, so gut. Okay, genau, dann, ähm, soweit, so gut. Oh, Leute, ich hab hier nicht mein Bett. Fällt mir grad auf, wenn irgendwas schief geht. Okay, ja, äh, ich mach mal einen kurzen Hand nach Schafen. Ähm, weil, wenn ich jetzt sterben würde, das wär, ist ja schon echt schade. Vielleicht sollte ich eine Schere mitnehmen. Ähm, ja, das, das wär echt irgendwie... Soll ich jetzt Eisenfarmen gehen? Um... Nee, das doch... Oh, ja, okay, wird wohl doch keine AFK-Folge, so wie es hier aussieht. Ähm... Mann, wo grabe ich mich zunächst runter? Warte, am Dachst. Dann halt hier. Okay, so tief brauche ich gar nicht. Komm schon, hier wird's... Hier wird's auch wohl ein Eisen geben. Boah, wenn man eine Diapick... Boah, krass, ich hab' keine Ersatzdiapickes. Ja, ich denk', ich muss mich echt hier mal... Ich glaub', das wird eine größere Basis hier, ähm, um alleine mal ein paar Dias zu farmen, äh, um wieder eine... eine Travel-Pix zu haben. Die können dann noch in Schaden, okay, dann wird es hier in der langfristigen Eure Base, was ich hier auf schnelle Welle kurzfristig entschieden habe, in der eigentlichen AFK-Folge. Also, ja. Leute, ah! Finally. Okay. Nee, das passt doch. Dann, das... Ähm... Ergibt sich ja dann gut, dass ich das mit dem Feld hier und so und den Kühen alles so groß gemacht hab. Ähm... Das kommt natürlich alles sehr geliehen. Okay. Alles klar. Okay. Dann lass mal nicht sterben. Die Rüstung ist noch so ein bisschen intakt und da vorne sind schon die Schafe. Das ist natürlich ausgezeichnet. Und die neuen Fliegerdinge sind auch hier. Praktisch-maktisch. Okay, haben wir noch irgendwelche Sheeps hier? Okay, das Sheep ist schon mal halbem Arsch durch den Creeper. Ja, aber für... Ja, für den Freichen... Eine mehr wäre natürlich toll, dann hat man gleich noch ein zweites Bett. Aber ich glaube, das mache ich besser wann anders. Hä? Habe ich die Fackel da gesetzt? Hey? Wow. Wow. Wieso sagt der Hey? Ist er in meiner Nähe? Ist es niemand gejognt? Wieso? Ah, vielleicht will er noch wissen, ob ich noch auf Kabel bin. Okay. Ja, bin ich. So ein Ding ist das. Okay. Ja, boah. Irgendwie bin ich jetzt voll geil auf diese Wolle. Oh. Und dann kratze ich hier noch ab, kurz gefolgen im Bett geholt hat. Sie ist schon kommen. Das wäre mal wieder ein absoluter Brain-Move. Okay. Nein, das ist doch super. Hier kann man absolut ungeschützt craften. Äh, craften. Junge. Ähm. Unter diesem Baum, aber es geht schon klar. Richtige PvP-Bett-Ausrüstung hier. Kann man da mal eine Zolle packen? Und dann... Ja. Also doch hier rein. Okay. Okay, ja, Hammerbett auf jeden Fall, Hammerbett, okay. Oh, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr der sicherste Ort jetzt hier. Vermutlich hier, aber wenn der Creeper explodiert, dann ist das Bett mit weg. Alles schwierige Entscheidungen hier. Irgendwo muss es doch noch einen guten Save-Room geben jetzt. Hier, okay. Safe Sache. Ja, dann bin ich jetzt mal AFK. Ciao, Leute. Hallo. Hallo. Hau. Oder? Hau. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018